k du brauchst Steinhagel bei Steinhagel ist so ne scheiß Attacke ey so ein Mofo ey 5 Grund 0 wie lang geht das ne Steinhagel ist was anderes es sind diese Steine die von oben fallen Steinhagel ist die stärkere vom Steinwurf Stärke 8 war das der Skill ne das war Walzer ne nicht diese Intensität ist aber eher so ne Erdbeben alter die zwei Vulkaner sind stark wo kann man sich im Boot überhaupt heilen in seinem eigenen Zimmer ne schlafen oder nun schlägt dann hätte zu kommen also Schiff an ne das ist so ne ähm alte die dich heilt zweiter Raum wenn du einkommst ne ich frag dich so, deine Pokémon sind voll müde willst du dich nicht ausruhen bei mir ah ok so ist das eine aber ich sehe eher aus wie ein Vergewaltiger also Würde Raiden Vergegambel do holy shit ja Ratzfratz ist so schlecht ey den krieg ich hier gar nicht mehr ey oh mein Gott crit oh yeah nooo weg ja mein Roboka ist vergiftet gg hier kann man die Pokémon nicht wechseln nachdem man eins getötet hat ja echt? muss man selber tauschen oder was? ja dafür geht aber ne ganze Runde verloren das ist richtig weh halt wir wollen ein paar hier Sachen fixen hier so wir wollen mit Glumanda trainieren irgendwie hier bist du in der Nähe ich könnte jemanden gebrauchen der mein Kadabra gegen den Raupi tauscht ja komm her ich bin auf dem Boot ich bin in der Lavenderstatter so hör dir die Musik nicht an die kann einen verrückt machen du 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 hör dir die Musik die Kognito die Ruine oh das ist so geil ich hör dir alle ey hättest du was gebracht außer dass man die ich glaub nicht ausdrucken konnte mit nem pokémon pokémon gameboy drucker gab ja auch die kamera gab es ja auch noch die gameboy kamera zu dem gameboy pikachu color nicht gehabt da war schon der coole in der schule ne da hast du den ganzen weiber bekommen ey hm m hier sind wir ein pikachu sehen nicht so ist die Mannschaft auf die zähn m m und Julien bei den Weg mit dem Fokum 15 oder 16 jährlich 15 16 die gibt und hier die Zolle anfangs Wochen 15 entgegelt Koppel bei mir in Bewerbungen oder über 18 Prozent kann sein. Aber selbstverständlich noch ewig, Junge. Freu dich, dass es lange dauert. Sind hier auch die unsichtbaren Items noch versteckt, weißt du das? Ja. Hast du beim Ding einen Kanker gefunden oder weißt du nicht da? Ich hab schon zwei Sonderbäumens gefunden. Und ein Nugget. Ich hab ne Bäre im Mülleimer gefunden. Ich schau' ein, hier ist mir einer ein Pokémon League Master. Stehst du bei euch auch? Kann ich ein Olschert schreiben? Könntest du das dann auch lesen? Mit Olschert kannst du erst mit vier Ohren schreiben. Laber nicht. Doch. Ich hab Facts, da kommen Sterne. Leck mich. Ja, das kannst du ausschalten. Den Schimpfwort fällt, der könnte ausschalten. Aber Tatsache. Ja. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Wie hast du denn gesagt? Die es, die es nicht mehr so gut getroffen hat. Weisst du. Es ist ja so gut, wir müssen es machen. Ja, mit dem ich... Ich bin sehr zack, wie ist das doch ein bisschen许ivas gilt. Wettel hier, Wettel da. Kann man auch viel schnell trainieren, oder nicht? Hm, glaube ich nicht. Die Trainer hier geben ziemlich viel XP, ey. Hm. Das ist aber irgendwie wenig, ne? Habt ihr das Gefühl? Mein Fluch ist schon Level 43. Und die Gegner sind so Level 20. Voll balanced. So, jetzt erstmal den Arena-Leiter. Erstmal Roku den Arsch ficken. Ey, wie wollen wir unser Team nennen? Ey, Team Team Yolo, Team Magma. Team Name und Team Tag. Tag? Ja, Team, ja passt doch. Team Name und Team Tag. Heißen wir. Ach, kostet mich 15.000. Hab ich so viel? Ne, man, ich hab 53.000. Ja, ich, ich hab so schon noch viel. Na, dann mach du halt. Muss ich nicht bezahlen. Ne, ne, ne. Das ist nicht so. Das ist nicht so sehr effektiv. Du sagst nicht. Und nur ein vernünftiger Name. Das ist sonst ein YouTube-Mann, der geht auch immer. Unser Team hat kaum Schott. Hat kaum Schott. Ja, Mann, so Mensch, das ist es. Was bringt das, wenn man so einen Charn hat? Das ist wie cool. Den können wir so Noobs aufmischen. Dann gehen wir in die Startstadt und müssen Noobs auf. Das Tag kann nur vier Zeichen lang sein. Ja, das ist blöd. Nee, das ist einfach YouTube-Money. Oh nein, er hat einen Pikachu. Fuck. Du bist sowieso 20 Level über ihn, oder nicht? Nein. Der Typ ist Level 23. Mein Sherlock ist Level 24. Ein echter Spieler? Ne, ne, ein Trainer. Ich glaube, ich habe jetzt ein Team. Ein Trainer. Ups. Ups. Oh, fuck. Falsche Attacke. Ich habe Donnerschlag auf Pikachu gemacht. Oder auch nicht. Also, Name exists, oh Gott. Gibt's? YouTube-Money vermutlich. Oh, shit. Go, Glurak. Tag ist exist. Mein Gott. Tag, feck. Oh, 11, 16, du Hohen. Wickel. What Glurak? Ich wollte ihn in Charm and Leon. Charm and Leon. Ich brauche einen Tag, ja? Also, wie ich B drücke, ist vorbei, ne? Nee, dann musst du es nochmal bestätigen. Ist mir ja auch schon passiert. Und Tag. Vier Zeichen lang. Tetsu sieht so schwul aus. Ja, für Hot Cumshot. Für Hot Cumshot, äh. Hot C. Tag exists. Fuck, halt. Dann, top four. Tag Errung. Geht anscheinend nicht. Keine Zahlen. YOLO. Ja, jetzt hol ich den Kapitän, dem übel ist. Ich muss den Rücken reiben und den Arsch ficken. Vielleicht. Komm ich von ihm zerschneide? So, you are here. I'm broke. Ich muss speichern von Arena Fight, aber nein, gibt's es nicht. Wie ist man mit HCS? Komm schon. Komm schon. Ah, hier hat ganz vergessen, dass ich, äh, gegen meine Rivalen kämpfe. Ja, wir müssen zurückgehen. Yay, your team has successfully created. Ja, sieht gut aus. Was da? Invite-Member. Chirky... Chen. Ist okay, lad mich nicht als erstes ein, ist okay. Ist okay? Alter, verpiss ich mich. Oh, nix. Wollt ihr ein Duell haben? Pff. 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 Du bist auch busy. Sagt mir mal, wenn ihr grad nicht busy seid. Ich muss grad ein Ponita... Oh mein Gott. Ein Ponita, ey. Ich muss erstmal, ich muss erstmal Roku hier mal nebenbei bringen, hier. Yeah. 16. Grat erreicht. Ach, 17. Rapid Spin? Ist das nicht... Ja, er rapet dich. Ist das nicht Walzer? Egal, ich mach... Keine Ahnung. Ich mach... Teckel oder Blubber, ich mach Blubber weg. Rock, Tom, was ist das? Steinhagel, Steinwurf? Steinkrabe oder sowas. Oh, das sind ja schon die neuner Taken, ne? Hm. So, ich bin out of combat. Wer kann sich einladen? Irgendwann. Safe. Gut, die Zeit vergeht hier doch vor lange. Es ist jetzt 6 Uhr jetzt, morgens. Halb 7. Ja, ist doch vor lange. Jetzt werden mit der gefickt. Accept. Hotcamshot GG. Und jetzt? Keine Ahnung. Jetzt hab ich... Hab ich jetzt den Tag überm Kopf? Ich kann den ja nicht sehen. Ich glaub schon. Ja, cool. Oh, mach ich dich mal zum... Zum Video. Ich hab den Tag gar nicht überm Kopf. Yes. Man kann so uns zu offizieren oder so machen. Wo? Welche Taste? Im Menü? Ja. Ja, Menü Team. Ah, okay. Oh, guck. Ja, vielleicht schmeiß ich euch auch einfach raus. Hab ich 15.000 gekostet. Das Deutsch leer machen. Hahaha. Ich hatte welche Wichse gehabt, ey, früher. In Silk Road, oder was? Ja, aber wir haben weggehauen, Alter. Die die Gelder ausgenommen haben und verschwinden. Ja. Und dann auch frech, dann wir in TTS kommen. Na, aber es geht, Leute. Hahaha. Das sind die richtigen, ey. Wir haben es durchgenommen und dann noch abgehauen. Dann auch in TTS reingekommen sind. Ah, hier läuft ja noch mit dem Trag und Nier. Ah, Silk Road. Oh, der ist so, ey. Oh, der ist so. Wieso kann man hier Leute so mit, 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 keine Ahnung, was, Poki, Glura, Tour Talk. In Anfangsgebiet. Schellen angeben, da will ich Duell mit dem machen und geht aber nicht, die heißt einer Kronk. Wer ist er das? So aus, so dunkle Haare mit dem Bart. Ja, das ist der auf jeden Fall. Duell wichst du an, ich fordere dich zum Duell. Hier ist eine Gishen oder noch so ein Shen oder was. Gishen. So. Ich bin in den Torn. Hallo? Da sind nur Emus unterwegs. Ich kam, zu besuchen meinen totes Pokémon. Schnüff. Wie willst du ihn ins Pokémon-Center bringen? Den kranken nehmen oder so, ein bisschen doben. Ich belebe. Wozu gibst du das? Ich muss miche aufmischen. Rivale miche möchte kämpfen. Ach shit. Ich hab dich auch gerade gefunden. THC. In der Stadt ist ein Bug, ne? Habt ihr schon bemerkt? Was denn? In der zweiten. Was denn? Du gehst den Weg entlang und dann kannst du nicht weiter. Da ist irgendwas, das blockt. Ne. Das ist mir nicht aufgefallen. Allerdings, ich bin beendet. Ich glaube, ich bin beendet. 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 Du hast einen Tauburger Adler, 25. Natürlich. Ey, wo ist diese Gary? Wo ist diese A? Oh. Du hast einen Fucano, äh, 23. Ja. Seid mal weg. Ey, wo ist er denn, Micha? Wer? Mein Rival der erste. Ziegelstraße. Ey, ich war auch da. Da. Und muss die tiefe rein. Ja, muss tief rein, nach oben und dann nach links. Und du hast ein Ohr rein. Ich schicke, ich schicke, ich schicke.